Heute geht es nur um den Mann, der sich hier in diesem Haus verschanzt. Ich rede von niemandem Geringeres als Meekuperlehm. Er hat nämlich noch einige Aufgaben für uns und, naja, seit letzter Folge bin ich ein großer Fan von Sternenspiltern, wie man sehen kann. Und deshalb, ich habe gehört, er hat noch ein paar für mich. Und die Aufgaben werde ich jetzt tun. Was für ein Glickclubs gerade richtig, lieber Mann? Oh ja, ich habe noch einiges für dich. Okay, also, ich bin nicht mehr so gut zu Fuß wie früher. Daher habe ich nicht mehr so viel Kontakt zur Außenwelt. Eine Zeitung wäre sicher das Beste, um mich auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Würdest du die To-Town-News für mich lesen? Du könntest mir dann die Neuigkeiten berichten. Meine Augen sind nicht mehr so gut, weißt du? Und vergiss ja nicht die Klatschbalken, na? Bitte beeile dich, mich dürst du noch wissen. Versprochen? Ja, leider habe ich da keine Ahnung, was man da machen soll. Aber glücklicherweise habe ich mir extra einen Guide rausgesucht, damit ich sofort weiß, was er denn von mir verlangt. Ähm, ich glaube, für die To-Town-News gibt es irgendwo eine Tafel. Ich glaube, vermutlich am Anfang der Stadt. Jedenfalls gibt es irgendwo eine Tafel. Und da sollen wir wahrscheinlich Vor- und Rückseite lesen. Ach, das wird es wahrscheinlich sein, oder? So, auf jeden Fall aus wie eine Zeitung. Ja, da wird auch, hier ist die Zeitung angekommen. To-Town-News, Bibber-Sensation, Mario-Meister-Kristallpalast. Mario besuchte die Bibber-Religion, um nach der letzten Stern zu suchen. Dabei entdeckte er den legendären Kristallpalast am Gipfel des Bibber-Bergs. Bla 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 bla. Gut. Das hätte ich ihm auch erzählen können, aber egal. Sterne, ein Herz. Ich kann auch. Ich liebe Kitzeln. Alternate Toad. Das wollte er auch noch unbedingt wissen, der Mikruper-Leben. Das werde ich ihm jetzt auch alles sofort erzählen. Der wird sich so freuen über diesen geheimen Text. Der wird sich denken, oh mein Gott, Mario. Dafür kriegst du gleich drei Sternen-Splitter. So nett, wie du warst, dass du mir das alles nochmal vorgelesen hast, junger Mann. Das wird er sich bestimmt denken. Wahrscheinlich nicht. Wir schauen mal. Hallo, Mann. Sehr gerne, Susel-Dusel. Du hast klasse, Mario. Ach, das geht also momentan in der Welt vor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich all diese wilden Geschichten Glauben schenken soll. Aber wenn du das sagst. Es tut gut, ein paar Einblicke in den derzeitigen sprachigen Raum zu bekommen. Ich hatte schon Probleme, die Jugend zu verstehen. Aber jetzt bin ich wieder hip. Nimm das doch bitte für deine Hilfe. Einen Dollar. Oh, willst du noch mal helfen? Okay, gerne. Also. Ich bin in Lester. Es hat ein wenig kränklich. Ich hätte gerne einen Lebensbild. Du weißt schon. Nur für den Notfall. Ich muss einen haben. Ich muss. Bitte, bitte finde einen für mich. Du solltest welche in ausgewählten Fachleben finden. Bitte beeil dich. Ich fühle mich gar nicht. Du versprichst mir, dass du mir zurückkommst. Okay. Ich habe leider keinen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es im Buwu-Gebiet, wo es Menschen einen gibt. Und deshalb gehe ich da jetzt kurz in den Laden. Kauf mal einen. Wir sind jetzt einfach hier oben wieder. Ich habe es ja nicht gesagt, wo man es kriegt. 50 Münzen, glaube ich. So, ein paar Minuten später. Ich habe eins gekauft. 50 Münzen. Und jetzt kann er einmal nicht sterben. Yay. Oh, beim Schimmelpilz. Du bist ein Engel. Ich fühle mich schon 10 Mal besser. Und 20 Jahre jünger. Vielleicht gebe ich ein wenig Joggen. Noch ein... Noch... Was? Vielleicht gehe ich joggen. Nach meinem Mittagsschlägerchen. Hier, nimm das hier. Ernsthaft? Es hat 50 gekostet. Oh, Mann. Übrigens war es doch schon im Casino. Nachdem du das letzte Mal hier warst, habe ich das alte Ding hier gefunden. Sieh mal her, eine Goldkarte. Ich hoffe, dass du sie seinerzeit im Casino bekommen, weil ich so ein guter Kunde war. Du konntest sie haben. Viel Glück. Mach ordentlich Kohle. Okay, immerhin etwas anderes noch. Goldkarte. Oh, noch mehr Gambling. Muss ich mal gleich mal vorbeischauen. Oh, noch eine Aufgabe. Okay, was kann ich denn noch für dich tun? Ich verspüre eine plötzliche Heißung auf einem von Omnities leckeren Nusskuchen. Die wichtigste Zutat ist die Gummnuss, die auf bestimmten Bäumen wächst. Wenn mein Gedächtnis richtig funktioniert, und das tut es ja nicht immer, kannst du sie nach einem Haus finden. Ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft, aber du musst eine finden, damit Omnities den Kuchen backen kann. Ich bin schon ganz ausgehungert. Würdest du dich bitte bei allen versprochen? Ähm, ey, ich schau mal, was ich tun kann. Ja, also, hier in Gumbafort, neben diesem Baum, seins Gott, wo man diese Nuss hier bekommt. Sieht aus wie ein Gumba irgendwie. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, brauchen wir noch irgendwas anderes von dem Kuchen? Hat er nicht gesagt, ne? Hat nur gesagt, die Nuss. Aber bevor wir jetzt zur Omnities gehen, würde ich riesengern noch mal kurz ins Casino vorbeischauen. Ja, ja, Todi, ich hab was Neues. Ach, hallo, Mario, willkommen zurück. Ach, cool, du hast halt eine Goldkarte. In diesem Fall lass ich für dich eine Röhre erscheinen, durch die du zur Womps-Attacke gelangst. Die Womps-Attacke? Okay, was macht denn die, bitte? Lass mal sehen. Nio, nio, nio. Hi, was geht hier ab? Hallo, Mario, das hier ist die Womps-Attacke. Lass mich dir die Regeln erklären, okay? Wenn das Spiel beginnt, erscheinen Blöcke am Boden. Schlägst du einen Block, kommt etwas aus ihm heraus. Schaffst du es, 10 dieser P-Star mitzubekommen, hast du gewonnen. Oh, süß. Triffst du da einen Block, mit dem sich ein Fussi oder ein Blob-Bob-Bob verborgen haben, wirst du ein wenig langsamer. Das Zeit-Limit beträgt 3 Sekunden. Der Spielkast 10 Münzen. Okay, check's noch nicht, aber mach mal. Bist du bereit zur Jagd nach 10 Peach-Tafeln? Achtung, fertig. Womps! Attacke! Zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Zu viel Input. Ich hab hier links noch etwas gesehen irgendwo. Da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, im Alter. Nein! Das ist ein geiles Minigame, das gefällt mir. Na komm! Hallo! Schade, eins habe mir gefehlt. Game over! Die Zeit ist um! Tja! Opfer! Ey, nochmal! Bombs! Attacke! Muss mir alles merken hier. Okay, da. Hier ist eins. Noch eins. Komm, spring da raus! Komm, spring da raus! Okay, da oben, da oben. Sehr schön, sehr schön. Muss raten. Es war schlechter. Warum auch immer war es jetzt schlechter. Okay, das ist nicht mein Game. Ich dachte, das wäre cool, aber... Bisschen zu schwer. Ich habe nicht mal so viel Geld. Aua. Ähm... Tod, kann mich hier rausbringen, bitte. Ich muss noch einen Guren backen. Ja komm! Nicht spielen. Soll ich da nochmal. Okay. Ja, lasst mich mal wissen, wie ihr das Casino hier in diesem Spiel findet mit den beiden Minigames. Ich finde es okay. Hätten mal ein bisschen interessanter und besser machen können, aber ist nicht schlimm. Und wir werden jetzt erstmal einen ganz fetten Kuchen backen. Yeah! Oh, Mario! Hier, bitte. Nein, nur die. Okay, ich koche mit der Gumnus. Ich werde was Schönes machen. Ja, aus Gumbas kann man wie gesagt auch Kuchen machen. Deshalb habe ich hier für dich diesen coolen Kuchen. Dennis Kuchen! Not bad. Vor allem dafür, dass der so schnell zu machen ist und 10 BP gibt, ist das vollkommen in Ordnung, würde ich behaupten. Okay. Ähm, sorry, dass das jetzt alles so lange gedauert hat. Ich wollte nur kurz noch die Goldkarte zeigen. Und ich dachte, der Weg hier hin und her ist jetzt nicht so lange, deshalb zeige ich ihn auch nochmal. Aber ich werde versuchen, das so schnell wie möglich alles hinter mir zu kriegen, damit ich nicht 15 Folgen mache, nur mit seinen Gequests. Und ja. Oh, ballernde Bob-Bombs, ich bin dir echt was schuldig, Mario. Oh, das ist himmlisch. Ich bin ganz verrückt nach diesem Kuchen. Hier, ein kleines Geschenk für dich. Ja, ein kleines ist auf jeden Fall richtig. So, nächste Quest. Ich muss dir sagen, von nebenan kommt ganz schön viel Lärm. Es ist viel zu laut. Don Cooper, ihr seid doch Freunde. Nun, es ist sein Haus und er sollte seinen Gästen sagen, dass sie nicht so viel Wirbel machen sollen. Ich bekomme bei dem Lärm nicht schlafen. Willst du es bitte rüber gehen, meinen Namen machen? Sag ihnen einfach, sie sollen mal für fünf Minuten die Klappe halten. Geh bitte, so weit du kannst. Ich bin schon völlig fertig mit dem Nerven, wenn ich bis Mitte halte Worte. Mein Gott, okay, okay, Cooper, komm her, sag ihm, ihr solltet sein Haus raus. Mein Gott, ey. Was geht denn hier ab, Mann? Ich bin aber eigentlich, verknüpft, Bowser, dann kommt Bombed zurück. Ja, Leute. Oh, Bombed. Schnauze, Schnauze. Oh, Schnauze. Hä, was soll ich machen mit Cooper? Ist doch sein Haus, ey. Nee? Okay, keine Ahnung. Also, wir haben ja schon mal mit Bombed mit denen geredet, aber schauen wir mal, ob es mal mehrmals mit Bombed mit denen reden, damit sich hier irgendwas ändert. Keine Ahnung, wie man drauf kommen soll, aber ja. Komm, bitte beeil dich, verkauf Bowser, dann kommt Bombed zurück. Aber sie ist doch da. Oh, Bombed. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Die Nachbarn beschweren sich schon über den Lärm. Hör auf mit dem Gejammer. Oh, Bombed. Ist jetzt wohl still? Es hat keinen Sinn, dass ich meinen Namen zu rufen. Ich muss losziehen, um sehr wichtige Dinge zu erledigen. Ich habe Kindergum die Ohren auch ohne dein ständiges Herumschwarwenzeln. Außerdem bist du nicht mein Typ. Das habe ich dir auch schon gesagt. Also beruhige dich, bevor dir eine Sicherung durchknallt. Bombed. Oh, nicht. Oh, jetzt ist sie böse. Es tut mir zwar leid für dich, aber du quassest einfach zu viel. Sei einfach nur cool. Sonst würde sie sich niemals für dich interessieren, ja? Ich bin mir sicher, dass sie zu dir zurückkommen wird, wenn du nur... Bombed. Oh nein, bitte nicht. Warte, es ist ruhig geworden. Hey, es hat geklappt. Die sind ruhig. Warum auch immer man zweimal mit dem reden muss? Hab ja schon mal mit ihm geredet. Wird. Ah, es kann sein, dass man erstmal die Quest hier aktivieren muss. Okay, keine Ahnung. Oh, grundgültige Grooveguys. Du bist ein Held, Mario. Erstaunlich. Beeindruckend. Endlich ein bisschen Ruhe und Frieden. Haben diese Punks einen Ausstand gemacht? Jetzt kann ich endlich ins Land der Träume entschwinden. Wenn es darum geht, einem alten Kuppa so viel gefallen zu tun, bist du ein wahres Vorbild. Drei Sterne, bitte. Nice. Oh, was für ein Glück. Ich hab noch was für dich. Wie immer. Also. Was, 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 was? Hört ihr zu glauben? Ich sagte unerheblich. So trotz meiner. Und endlich. Hörst du mir mal zu? Kurz gesagt, ich brauche gar keine Hilfe. Außer, du weißt doch, dass Buhus Villa oder voller Buhus ist. Einer von ihnen hat ein altes Foto noch von mir. Würdest du ihn bitte fragen, ob ich es zurückhaben kann? Und wenn es hier nichts ausmacht, könntest du dich bitte beeilen? Wer hat das denn? Ja, komm, sag nochmal. Ich hab gehört, dass ich mich nicht so beliebt sein soll. Und sagst du, ich sag, ich sag, genau so frech halt. So, dann hat er was gesagt. Ja, gut. Du weißt doch, dass Buhus Villa voller Buhus ist. Einer von ihnen hat das. Okay, einfach alle Buhus ansprechen, bis er alles hat. Okay. Okay. Hoffentlich ist der die Bulig. Hey, was kann ich für dich tun? Buhun, äh, tun, ja. Einen Auftrag von Meekupalem? Schlecht für dich. Mikulam ist dafür bekannt, ständig die Leute für sich einzuspannen. Sein Motto ist, schick den Krug so lange zum Brunnen, bis er bricht. Früher musste er wegen seines Verhaltens die eine oder andere Rauferei austragen. Nach einer ziemlich heftigen Auseinandersetzung begann er viel zu reisen. Das ist ein Foto von uns, als er hier durchkam. Nimm dies und bestell dem alten Meekupalem schöne Grüße von mir. Hä? Äh, okay. Gerade warst du noch mad auf ihn und jetzt gibst du mir das Bild so auf ganz schickimicki. Okay, alles gut. Ich beschwere mich nicht. Es ist nur sehr fragwürdig, warum er das tut. Aber okay. So, Kollege. Ich habe ein Bild für dich. Es ist ganz schön. Ganz schön hübsch. Da. Guck dir an. Guck bitte quick. Knobbenheimliche Klubberst du bist großartig, Mario. Oh, die Tage meiner Jugend. Sie sehen mich nur an. So jung und lebendig. Die Damenwelt war begeistert von mir. Da war diese umwerfende, lebliche, die Leidenschaft. Unerträglich. So schnell ich. Keinen Blick zurück. Aber genug davon. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Penny. Na ja, was. Oh, was für ein Glück noch mehr. Oh, wie freundlich von dir, dass du nochmal helfen willst. Ich habe schon seit einer Ewigkeit nichts ordentliches mehr gegessen. Das stimmt doch gar nicht. Omnities Kuhpasta würde den Nagel genau auf den Kopf treffen. Würdest du nach Tarotorn gehen? Sie bitten, sie für mich zuzubereiten. Hörst du, wie mein Magen knurrt? Nein. Ich bin völlig ausgehungert. Bitte beeilt dich. Lass mich nicht verhungern, Mann. Und wie mache ich das? Muss ich jetzt wieder nachgooglen. Na, toll. Alles klar. Man braucht doch für jeglich. Einfach nur eins von diesen Kuhpablättern und dann muss man das kochen. Mehr ist das nicht. Die kann man hier manchmal in diesen Büschen finden. in ganz diesem Kuhpataun hier. Dann wüsste da jetzt auch Bescheid. Hallo. Ich habe was für dich. Zum Kochen. Nur das Kuhpablatt. Mehr nicht. Das reicht schon. Ja. Mach das. Du kannst super, fabelhaft kochen. Aber nicht so gut wie meine Oma. Ja, besser. Es ist gar nicht mehr so schlecht geworden. Ein... Kuhpatee? Oh. Man braucht ein Kuhpablatt und noch ein anderes Item. Okay, ich suche das andere Item mal. In den staubtrockenen Vorposten gibt es das, was wir brauchen. Die Trockenpasta. Das zusammen mit dem Kuhpablatt muss man mischen. Bei Omni-Tea. Kann man übrigens auch nur machen, wenn man bei Omni-Tea schon diese Bratpfanne gerettet hat. Also mach das. So, dann koch mal bitte für mich einmal das Kuhpablatt. Und einmal die Trockenpasta. Wenn es jetzt falsch ist, dann bin ich sehr ashamed. Aber es muss jetzt richtig sein. Komm schon. Ich hab's extra nachgeschaut. Weil auf sowas würde ich nicht kommen. Ganz ehrlich. Da ich auch keine Lust mit dem Shun-Error hin und her und rennen. Das ist super nervig. Kuhpasta. 7 Kapieren, 7 BP steht das her. Ist eigentlich ein ziemlich nice Item. Also wenn man sich die Mühe macht, das zu kochen. Dann, naja, ist nicht schlecht. Vor allem im Early-Game. Weil das ist ja ein Item, was man schon ab Kapitel 2, schätze ich, haben kann. Theoretisch eher wahrscheinlich Kapitel 3, wenn du dann die Abkürzung hast. Oder 4. 3, 4. Bin mir nicht sicher. Jedenfalls. Ne? Ich glaube, so schnell wie wir gerade unterwegs sind, könnten wir alle Quests vielleicht auch abschließen heute. Ich fände es auf jeden Fall sehr nice. So, bitteschön. Nimm das. Plumpzende Paragumbas. Du bist ein Mann der Tat, Mario. Das sieht ja köstlich aus. Niemand außer Omnities sollte diese Mahlzeit zubereiten dürfen. Sie hat die Rezeptur perfektioniert. Hier hast du ein kleines Teich meiner Dankbarkeit. Einen Dollar. Mal wieder. Oh, was für ein Glück kommt es gerade richtig, Mario. Weißt du? Ich fürchte, ich habe meine Brille verlegt, was mich sehr ärgert. Sie muss mir irgendwo aus der Tasche gefallen sein. Ich habe Kubaheim in letzter Zeit nicht verlassen. Logischerweise muss sie irgendwo im Dorf sein. Würdest du bitte alles liegen und stehen lassen und sie finden? Ich habe doch dein Wort, oder? Also, irgendwo ein Busch hier. Gucken wir mal nach. Ne, hier ist nichts. Das finden wir wahrscheinlich wieder ein Kuba-Bad irgendwo. Naja, siehst du? Hier sind wie immer eins drin. Genau dem Busch. Genau dem Busch habe ich bisher alle Kuba-Blätter gefunden. Seltsam. Quizmo, wenn du schon mal hier bist, dann werden wir auch mit ihm reden. Ach, ist das so? Das ist doch toll. Neat von euch. Na gut, dann dürft ihr bei der Schau mitmachen. Yes. Frage. Warum redet es ein gut? Das ist wie bei Mario Party auf der Wii. Mario Party 8, glaube ich. Welche Farbe hatte die Hose des Gumpa-Königs? Ist das dein Ernst jetzt? Äh, 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 äh. Äh, rot und weiß. Ich habe es bestimmt gerade nicht nachgeguckt oder so. Korrekt. Ich hoffe, du hast dich geschummelt. Nein, nein, nein. Ich würde niemals schummeln. Vor allem nicht in so einem Spiel hier. Auf keinen Fall. Ich gebe aber zu, hier hätte ich das nicht gewusst. So was merke ich mir doch nicht. Die Hose von dem Gumpa-König immer ganz am Anfang des Spiels einmal gesehen hat. Also, ich bitte dich spielen. Noch ein Guba-Blatt. Äh, schätze ich. Wieso macht er manchmal nicht? Ich muss immer stehen bleiben dafür. Damit das macht. Da ist ja, die Brille. Bringen sie ihm zurück. Habe ich vor. So, was haben wir schon. Das habe ich euch an letzter Folge gezeigt. War das letzte Folge? Doch, es müsste letzte Folge gewesen sein. Ich nehme das alles so komisch auf, dass es ein bisschen verwirrend war, nicht was gemacht habe. Aber hier, das habe ich gemacht. Bitteschön. Ja, es ist wieder. Oh, bibberndes Beißblatt. Du bist ein Meister-Deketitiv. Mein Sehvermögen hat in den letzten Jahren stark nachgelassen. Jetzt kann ich endlich wieder problemlos Bücher lesen. Ist der Beruf des Optikers nicht eine segensreiche Erfindung? Hier, ich gebe dir diese Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Cent wäre wieder. War klar. Okay, Mario, hör mal zu. Ich habe was für dich. In letzter Zeit fühle ich mich so müde und abgeschlafft. Vielleicht sollte ich etwas Saures essen. Mal sehen. Oh, ich weiß. Eine Limette könnte mir helfen. Kannst du mir den besorgen? Bitte beeile dich. Ich fühle mich langsam wie eine Schildkröze. Versprochen. Aber du bist doch... Naja, egal. Ja, irgendwo im Wüste gibt es das doch nicht. In der Oase der Wüste. Also geht einfach zum Walddorf. Äh, Walddorf. Wüstendorf. Vorposten. Geht einmal nach links. Dann seid ihr in diesem Waldbereich. Äh, nee, Wüstenbereich. Verdammt. Dann geht das mal nach unten. Dann seid ihr hier im Waldbereich. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Und dann könnt ihr hier einmal Limetten finden. Und nicht nur das. Sondern auch noch Zitronen. Ich glaube hier. Ja. Perfekt. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche ich davon mitnehmen sollte. Jetzt habe ich nicht mehr, aber beide mit. Ähm. So. Schmeiß aber weg. Oh, wahrscheinlich eh nicht mehr. Kann man sowieso ständig wieder neu farmen. Ja. Okay. Ich hoffe, die schmeckt ihm. Egal welche von beiden. Ich glaube, er wollte das gelbe Ding, ne? Ne, das grüne. Oh. Gut, dass ich beide mitgenommen habe. Weil Stachis stacheln. Bist du wirklich echt, Mario? Irrsinn. Wahnsinn. Ja. Was für eine saure Limette. Das gibt mir wieder Schwung. Wenn es darum geht, einen Gefallen zu tun, dann bist du der Beste. Dem ist mal gebe ich dir was ganz Besonderes. Nice. Das lohnt sich total. Okay. Noch was für dich, Mario. Also. Ich hörte, es sollte er so einen Crazy Keks geben. Er soll absolut köstlich schmecken. Ich muss zugeben, dass ich ein lecker Maul bin. Glaubst du, du könntest mir sowas besorgen? Eine der Zutaten ist ein Koopa-Blatt, aber ich habe keine Ahnung, was man dazu braucht. Beile dich, wenn du etwas kannst. Ich brauche Süßigkeiten. Schnellstens. Habe ich den Wort? Ernsthaft? Doch, machen wir mal einen Koopa-Blatt. Na gut. Soll ich so schlimm das weggeworfen habe. Man kann es hier in diesem Büschel einfach immer wieder farmen. Ähm. Ja. Das zweite. Die zweite Zutat. Die gucke ich jetzt nach. Und ich zeige euch jetzt, was es ist. Ja. Alles, was du tun müsst, um das Item, was wir brauchen, zu bekommen, ist, einen gelben Shy Guy zu besiegen. Ja, es muss ein gelber sein. Die droppen das aus irgendeinem Grund immer. Ich meine, ich habe noch so einen... Ne, habe ich nicht mehr. Dann nicht. Dann besiege ich die einfach ganz fix mit Erdbeben und ein paar Schachis. Das sollte reichen, hoffentlich. Ahm. Ja. Die droppen nämlich eine Bug-Mischung, wenn man die besiegt. Ich weiß nicht, ob es noch 100% der Wahrscheinlichkeit ist oder halt nur so 50% oder weniger, manchmal. Aber da wir ja hier drei Stück haben, besteht die Chance, eigentlich relativ fort, dass wir uns das blocken. Gar keine Erfahrungspunkte toppen, diese Noob-Gegner? Okay, das ist interessant. Ne, die droppen das nicht immer. Okay, da muss ich wohl ein bisschen weiter nach denen suchen. Oh, ich vollidiot. Ich fahre mir die ganze den ersten gelben Shy Guy dort, aber nur der hier hat das. Er hat es ja auch gerade auf seinem Kopf drauf. Okay. Wenn ich nur gewusst hätte, die eine davon von den Zutaten ist diese Backenmischung, dann hätte ich das auf jeden Fall schon mal rausgefunden. Aber da ich das nicht wusste... Boah, so viel Schaden war ja mal krass. Ähm. Da habe ich das halt nachgeschaut. Aber ich idiot, darauf hätte ich auch kommen können, dass das hier in dem Raum ist. Ich dachte, jeder gelbe Schalker könnte es stoppen. Nein, sorry für die Missinformationen hier. Für die Fehlinformationen. Hier habt ihr jetzt die richtige Formation. Nach dem gleichen Video, ich habe es noch gefixt. Haha. So, Backmischung. Ja, ich meine, die Zitrone weg, was auch mal. So, und das gäbe ich natürlich auch noch mitnehmen. Ich bin in die Pleite langsam. Ich habe nur noch 150 Münzen. Ja. Ja, ich habe was für dich. Eine Backmischung. Und ein Koopa Blatt. Koch die mal beide zusammen. Das schmeckt bestimmt zauberhaft. Fabelhaft. Fantissimo. Du schaffst das. Oh, sehr schön. Crazy Kicks. Sieht aus wie ein Baseball, irgendwie. Aber mit einem Loch drin. Für Schlaf, Elektrisierung oder Transparenz. Stell 50 BP her. Not bad. Aber ich weiß nicht, ob der Aufwand das wert ist. Aber trotzdem not bad. Das Item. Aber wir essen es jetzt nicht. Sondern der Meekuper, der darf das jetzt mal in seinen Maul stecken. Seine Rachen. Stopp ihn das rein, damit der endlich seinen Maul hält und mir keine Aufgaben mehr zu geben gibt. Und mir direkt alle seine Sternensteile gibt, der in seinem Leben gesammelt hat. Warte die überhaupt. Ist sie über Müll gefallen oder was? Albene Albino-Dinos. Du bist Weltklasse, Mario. Das ist also das... Das ist also das Keks? Was von dem jeder spricht. Was? Das ist also das Keks, von dem jeder spricht. Meldet. Es sieht ziemlich lecker aus. Ich hebe es mir für später auf. Ich gebe dir also das hier zur Dankbarkeit. Ernsthaft? Du kannst aufhören dafür? Oh Mann. Oh Mann. Ich habe einen Buhu als Freund, der in der windigen Schlucht lebt. Kannst du ein Paket von ihm abholen? Es dürfte etwas schwierig sein, ihn ausfindig zu machen, da die Buhus ja alle gleich aussehen. Das darf man nicht sagen. Vor langer Zeit, als Gumpa, Buhatla und ich auf Reisen waren, haben wir ihn getroffen und uns angefreundet. Er schrieb mir einen Brief, in dem stand, dass er ein Paket für mich habe. Worauf wartest du? Geh und hol es. Ich meine, bitte? Okay, also ich soll zu dem Buhu-Dorf gehen. Mache ich. Und dann mit jedem sprechen. Irgendwer hat es bestimmt. Hi Mario, du siehst gut aus wie immer. Aber wenn du einen ordentlichen Geist abgeben willst, musst du noch viel bleicher werden. Seh dir zum Beispiel mal mein Gesicht an. Zwar kostet es viel Zeit und Arbeit, das herzukriegen, aber sieh doch, wie bleik ich bin. Hehehe. Ahaha, du hast schon bleichere gesehen, ehrlich? Ja Mann, das ist leider so. Hat dir mein burshafter Freund einen seiner gruseligen Streichel gespielt? Ist mir eine Schande, wenn du den weiten Weg bis in die windige Schlucht gekommen bist, ohne ihn auf dem Laien gegangen zu sein, ja? Oh, hallo, du bist im Auftrag des alten Meekupalim unterwegs, ja? Oh, wo habe ich bloß? Ich bin doch auf dich vorbereitet. Ich gehe was aber suchen. Würst du mal so können warten? Ich habe es sicher gleich gefunden. Warum vertreibst du dir nicht die Zeit, in der du ein bisschen umherwandern hast? Okay, ich bin doch noch mal mit den anderen. Hey Mario, hast du schon alle hohen Sterne gerettet? Ich frage mich, was mich das überhaupt kümmert. Ich weiß nicht mal, ob Sterne die Wünsche von Geistern der Höhe hören, aber ich hoffe, dass sie es tun. Verzeihung, Mario? Mario? Ja, wieder ein Falltreffer. Oh, Junge, niemand erschreckt, Leute, so wie dieser Puhu. Was für eine fehlerfreie Darbietung. Regelrecht atemberaubend. Wenn man allerdings auf Haarspaltereien aus ist, könnte man sagen, ich bin ein Geist, ich atme nicht. Aha, jetzt lasse ich euch jetzt einfach nur sehen. Jamska? Moment, was soll ich tun? Was soll ich tun? Willst du euch erschrecken, hä? Ich will das Gekreische der Leute hören und sehen, wie sie schreit davonlaufen. Das macht Buhus glücklich. Also könntest du bitte so laut wie möglich schreiben, wenn dich ein Buhu erschreckt? Äh, hab ich gerade. War's okay? Da hast du gewartet hast. Ich habe es endlich gefunden. Ich kann jetzt nicht erfassen, dass ich es so lange gebraucht habe dafür, Mann. Aber egal, bitte bestell dem alten Bekugel eine Grüße von mir. Schöne Grüße, ja? Und sei vorsichtig. Okay. Das hat doch... Kannst du mir nicht sagen, dass du mich nicht extra warten gelassen hast. Ja, der hat das extra gemacht, damit ich noch extra den Jumpscare sehe. Und fast, weil ich habe hier ein paar Genehmigungen, übrigens keine XP mehr, aber die zu schwarz sind. So, ich habe ein Paket für dich. Musstest du extra keinen 4 Euro Versand zahlen? Bist du glücklich? Ja. Lauernde Lava-Piranias! Mario, du bist der Größte! Ah ja, da ist es ja das Paket, um das ich gebeten habe. Schon seit der Brief angekommen ist, sterbe ich fast von Neugierde. Aber jetzt werde ich es gleich wissen, sobald du gegangen bist, natürlich. Hier, nimm das als Kleingeschirrn. 1 Cent. Ich krieg ein Trinkgeld. Dafür, dass du keinen Versand zahlen musstest. Oh Mann. Und, was war drin? Keine Ahnung, ich habe es vergessen. Ach Mario, wenn du schon mal hier bist, die Leute reden ständig über etwas namens Kokosnuss. Man sagt, sie sei köstlich. Ich muss unbedingt eine probieren. Geh bitte gleich los und besorg mir eine. Versprichst du mir nicht zu beeilen? Wo soll ich eine verdammte Kokosnuss herbe-? Oh, warte. Ich glaube, ich finde man im Yoshi-Waldgebiet, oder? Ja, okay. Also, falls ich richtig liege. Rechts ist ja die Röhre. In scheinbar jedem Baum bei Yoshi's Island gibt es eine Kokosnuss. Und auch in der Nähe hier von Yoshi's Island. Wir sind schon so oft jetzt hier, ne? Oh Mann. Das ist bestimmt nicht nervig für Mario. Bestimmt nicht. Er macht's gerne. Okay, ich habe dir Kürx. Du bist ein überlebensgroßer Held, Mario. Wie knackt man das Ding? Ah, ich versuch's später. Um dir meine Seinbarkeit zu keilen, dann gebe ich dir das hier. Aha. Okay. Ich habe noch was für dich. Schön, dass du mich fragst. Dann geht das hier noch. Ich hätte gerne einen dieser roten Tiegel, die man nur in der staubtrockenen Wüste bekommen kann. Man sagt, man bekäme einen, wenn man im Laden vom staubtrockenen Vorposten verschiedene Waren in einer bestimmten Reihenfolge kauft. Zuerst musst du einen Staubhammer kaufen, dann Trockenpasta, dann noch einen Staubhammer. Okay. Und dann, warte mal eine Sekunde, ich habe noch etwas vergessen. Ah, nur den Rest musst du selbst herausfinden. Oh, beeil dich. Ich will es jetzt bald. Ja, gut, dass ich mir das ja einfach nachschauen. Nee, das war ich nicht wirklich. Okay, mein Inventar ist ziemlich voll, deshalb muss ich kurz ein paar Sachen verschwenden. Ich habe einen Trockenpitz-Running irgendwo gefunden. Hm, mäh. Was mache ich da noch? Lächelt danach. Was habe ich noch? Ja, für drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Items. Wie viel brauche ich? Vier, ne? Also vier Platz. Ja, komm, mach die Rubinbeeren noch weg. Nom, nom, nom. Schön unnötig geheilt. Und... Trink den Kupertee. Hm. Saftig. Erfrischend. Gut. Ab in den Laden. Geh, Reihenfolge wahr. Staubhammer. Staubhammer. Das ist ein Müll-Item. Trockenpasta. Dann nochmal Staubhammer. Und dann müsste man jetzt theoretisch zwischen den sechs Möglichkeiten die ganze Zeit gamblen. Ich könnte jetzt auch, äh, Safe-State und alles, aber... Es ist der Trockenpilz. Was auch Sinn macht, weil ich glaube, in dem Original-Code war es auch immer was mit Staubhammer und Trockenpilz. Macht schon Sinn. Moment mal! War an, in dieser Reihenfolge zu kaufen, ist ein geheimes Zeichen. So steht es in einer Antikenschrift. In Überstimmung mit der Schrift muss ich dir diese überreichen. Bitte nimm es an! Roter Tegel. Von der Mini-Mauser. Okay. Danke. So, sag mir jetzt, dass du endlich zufrieden bist, Mann. Soll ich jetzt, dann kriegst du doch die Füßnäckelback mal passieren, oder was willst du von mir? Soll ich noch einkaufen gehen für dich? Soll ich noch deine Enkel anrufen? Ski-fahrendes Sky-Guys! Du bist ein richtiges... Was? Was hat er da? Du bist ein richtiges Arbeitstier. Unglaublich, herausragend. Äh, aber er ist ein wenig verdreckt. Ich werde ihn trotzdem in der Sammlung hinzufügen. Wenn es darum geht, einem alten Kooper so viel Gefallen zu tun, bist du ein wahres Vorbild. Siehens mal, sollst du etwas ganz Besonderes erhalten. Nochmal drei Schleppnöcher, yeah! Du bist ein guter Mensch, weil du einem alten Kooper so oft geholfen hast. Nun dann, Mario, ich muss dich noch um einen letzten Gefallen bitten. Der letzte Gefallen. Okay, was ist es? Like da lassen? Bowser, der alte Schurke, du musst den bösen König ein für allemal besiegen. Die Kinder dieses Dorfes sollen wieder ruhig schlafen können und sich nicht vor Bowser fürchten müssen. Ich wünsche mir nichts sehnlicherer als Frieden, dass die anderen Koopas wieder Hoffnung fassen können. Achso, als Frieden und das. Bitte hilf uns, Mario! Natürlich werde ich das tun. Keine Sorge, ich werde das für dich tun. Demnächst. Fangen wir an mit Chapter 8. Doch, ich muss uns mal noch ein paar Sachen erlegen. llef, ihr glaubt. Das war's für heute.